ich muss hier wirklich aufpassen da geht es noch mal weiter ich bin hier nur gelandet da wollte ich nicht landen so wir laufen jetzt hier gerade auf obsidian da haben wir schon mal was wir brauchen erstmal ein paar stöckchen so und dann machen wir uns zwei esenspitzhacken wir machen uns noch ein paar wackeln und da haben wir hier sogar schon ein diamant vielleicht auch zwei jetzt muss ich noch mal schauen das war übrigens jetzt gerade absicht weil ich wissen wollte ob ihr neben vielleicht was anderes ist da dürfte nichts sein ja ich überlege gerade wo ich lang gehe hier so ups war falsch so das größte problem was zurzeit eben ist das ist einfach hier dass ich jederzeit ins wasser gespült werden könnte so ich könnte natürlich jetzt auch mit f3 schauen welche tief ich bin ist das schon wieder ne das ist eisen redstone hier ist auch redstone ich weiß ich weiß nicht ob ich redstone äh ok also ich weiß jetzt nicht ob ich redstone mit steinen abbauen kann ist schon zu lange her halt etwas im creeper das machen wir hier wir bauen uns einfach mal hier weiter so nein 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 scheiße da war irgendwo ein skelett verdammt au 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 wo bist du ab ich habe hier was hat meine güte ein skelett irgendwo ist ein skelett wenn ich jetzt noch wüsste vom boot in den fall kam dann werde ich natürlich schon viel schlauer So, wir können jetzt auch jetzt hier mal lang buddeln. Au, 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 au. Das riecht da irgendwo ein Skelett. Ne, da habe ich die Lava. Verdammt. So. Ne, da sehe ich noch mehr Lava. Das ist natürlich jetzt hier eine gefährliche Angelegenheit. Oh, da hat es gerade einen kleinen Freund und Helfer erwischt. So, ich habe es auf jeden Fall gut überlebt mit der Lava gerade. Oh, zum Teufel. Da hinten. Au. Da sind sie schon und lauern auf mich. Ach, scheiße. Ach, Mann. Skelett. So. Jetzt muss ich mich beeilen. Und ich bin tot. Verdammt. Das werde ich nie und immer wieder finden. Verdammt. Ja, und das mitten im Let's Play hier. Klasse. Ach, Mann. Ich muss mal einfach schauen, ob ich es doch wieder hinkriege. Sie ist da nicht da eine Hülle und die haben wir vorher nicht gesehen. So, jetzt muss ich mal schauen. Wir sind hier irgendwo schräg lang gelaufen. Ich laufe absichtlich jetzt, äh, hier lang, in der Hoffnung, dass ich da noch lebende, äh, dass ich das wieder rechtzeitig finde. Da haben wir auf jeden Fall die Fackel. Da haben wir uns schon mal, puh, schon mal ein Teil haben wir wieder hinter uns. Und jetzt müssen wir einfach mal hier runter, aua, uns beeilen. Einfach immer wieder runter gehen. Äh, da brauchen wir nicht lang, da sind wir gar nicht lang gegangen. Hier sind wir, glaube ich, dann irgendwie runter gefallen. Also es wäre auf jeden Fall super nice, wenn wir das wieder, äh, finden würden. Äh, ne, hier sind wir schon mal nicht mehr. Hier vielleicht. Das sind mich hier alle so verwinkelt und so. Wird wahrscheinlich nix. Was haben wir hier unten eigentlich? Auch nix. Ich meine, da könnten natürlich jetzt ein Monster drin sein. Ja, wir hoffen einfach mal, dass hier keine Monster sind. Komm, ich töte dich mit der Faust. Komm, ich hüpfe auch, dass ich ein paar kritische Treffer mache. Stirb einfach bitte. So, danke. Warte mal, wo komme ich hier an, nirgendswohin, verdammt. So, da komme ich nirgendswohin. Jetzt ist wirklich die Frage, wo war das? Und dort komme ich. War das denn hier runter? Okay, das könnte natürlich gut sein. Ja, das kann nicht nur gut sein. Aua. Das ist auch so. Oder? Ja. Ja, schau doch mal. Hier sind wir richtig. Wir haben es geschafft. Jetzt noch mal in die Lava. Ach, Leute. Ach, nö. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. So, habe ich noch irgendwie Holz? Ja, habe ich. Kies brauche ich nicht. Steine, Steine kommen, Steine, zack. Wir machen uns mal schnell zwei Steinschwerter. Und, warte. Habe ich noch irgendwie Nahrung? Ich nehme jetzt einfach mal das verrottete Fleisch mit. Um da unten das zu kriegen. Ich meine, wir haben zwei Diamanten gekriegt. Oh, da ist sogar noch ein lebendiger Dorfbohrung da draußen. Wenn wir dann Hunger kriegen, können wir das verrottete Fleisch essen. Und wenn wir es verlieren, ist es auch nicht so spült. Oh, da ist ein Wolf. In dem Ort müssen wir uns merken, dass wir vielleicht den Wolf auch zählen können. Wäre eine nette Geschichte. So, jetzt müssen wir uns aber wirklich beeilen. Wahrscheinlich sind dann die Hälfte der Sachen weg. Und wenn es dann so ist, dann ist es halt so. Mal rein hier. Weiter mit Speechy Langhour. Immer tiefer, immer tiefer. Und irgendwann haben wir den Weg auswendig. Ach, da waren wir doch schon vorher mal. Jetzt sind wir, glaube ich, hier lang gelaufen. Ja. Und dann sind wir hier lang? Nein. Okay. Ich bin immer noch im Schauen. Da sind wir dann bestimmt lang. Ja. Jetzt auf jeden Fall rucki, zuck hier runter. Und dann sind wir schon wieder hier. Ging diesmal noch schneller. Ein bisschen was liegt definitiv noch. Und ich sehe Diamanten. Ich sehe Diamanten. Wir heben als erstes mal das hier auf. So. Zwei Level haben wir noch. Wahnsinn. Und was haben wir denn noch? Wir haben die zwei Diamanten. Wir haben unsere Ausrüstung, die ziemlich im Arsch ist. Wir haben Eisen, glaube ich, verloren. Wenn ich das richtig sehe. Die Spitzacke haben wir aber noch. Ja, gut. Damit kann ich leben. Und jetzt muss ich immer hier hinten durchschwimmen. Der Zombie wird never zu uns kommen, denke ich mal. Oder habe ich hier noch Eisen drin? Hier habe ich sogar noch Eisen drin. Cool. Dann Bogen haben wir getroppt. Ja, klasse. Kann man vielleicht mal irgendwann gebrauchen. Wir haben so auch noch beide Eisenspitzhacken. So schlecht sind wir also gar nicht. Hätte schlimmer sein können. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Okay. Dann müssen wir noch... Vielen Dank.